Hallo und herzliches Willkommen wieder auf dem Hufbergmann Reloaded. Ja, was haben die? Ach, nee, haben die. Mal Lichtchen an, dann geht es ab. Oh, ich habe die 60.000 immer noch nicht eingezahlt. Ja, aber der hat ja als Pfand mein wunderschöner Unimog. Der vertraut mir kein Problem. Hier, das ist das letzte Mal mit Autoload geschafft gewesen. Ich würde auch nicht mehr mit Autoload schaffen. Macht einfach mehr Spaß ohne Autoload. Ich würde auch nicht mehr mit Autoload. Ich würde auch nicht mehr mit Autoload nehmen. Ich würde auch nicht mehr mit Autoload nehmen. Ich würde auch nicht mehr mit Autoload nehmen. Aber jetzt liegt da an. Das läuft schon besser. Passt das, passt das? Jo, passt. Hier passt nichts. So, dann sollte eigentlich schon wieder alles voll sein. Also, ja. Zauberigkeit. Perfekt. Oh, oh. Egal. Das machen wir nicht. Das ist nicht zu schlimm. Das ist nicht zu schlimm. Das ist nicht zu schlimm. ok hier kurz mal was neues holen gehen mit dem grünen wieder füllen dann nehme ich gerade den kleinen Bucher werde das aber auch weder nicht mit Autoload machen ich werde das von Hand auf kurze Sekunde 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 passt 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 dann werde ich kurz den Buch holen ja der andere aber so viel wie ich habe gesehen geht das glaube ich von hier die Milch nehmen und dann in die Käseproduktion hier hier hat es die Käseproduktion das weiß ich aber die habe ich wirklich bis jetzt auch aufs noch nie die das hat weiß ich auch ernsthaft nicht wo die ist also würde ich schon leu leu so lassen wir so das sind hier 1 2 3 4 5 10 11 11 diese ist nicht ganz voll aber die restlichen sind voll 11 Kisten aber das kommt 8 30 11 11 11 11 11 11 11 11 11 hänger gerade mit 11 verset 5 vorne 6 hinten also passt 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 ich kenne dich nicht nur die Elf auf dem vorderen Zugfahrzeug oder auf dem hinteren Hänger ja ich werde mal die Elf probieren hier hinten hochzuladen schlau hat sich dieses die die Milch machen was anderes gerade drüber Ach, nee, du. Passt. Okay. Oh, passt schon. Das nehme ich den von hier rüber. Ah, jetzt passt es. Okay. Passend drei nebeneinander. Das wäre natürlich Premium. Ich nehme jetzt einfach von irgendwo einer raus. Das passt schon irgendwie. Drei passen nebeneinander. Das habe ich schon gesehen. Drei mal etwa. Sind es rein, passt. Nöte! Was habe ich denn hier für einen Fehler gemacht? Ach, nischt. Bleibt meine Hand. Hey. Hat das gut. Nicht die ersten drei könnte ich mal schon die Spanngurte drüber machen. Oh, passt. Jetzt passt es. Geht zu viel. Mal gucken. Ob ich das wieder hinkriege. Ne. War mal nischt. War mal nischt. War mal nischt. So. Oh. Boah. Ach komm schon. Ach, nöte. Probier's jetzt zum letzten Mal. Okay. Passt. Du so. Ja, dann machen wir das anderes. Probier's. Ja komm, dann nehmen wir ein anderes. Dann nehmen wir das Haus letzt. nicht mischt 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 und das ist die das habe ich jetzt erst mal jetzt die Stiftung zu folgen was müssen werden hab ich das mög ich hier so jetzt passt das Spanngurte rüber die erste Spanngurte ist rüber das heißt die ersten drei sind drauf mit stressigem angetan so passen hier schon wieder da da muss ich von hier nisch doch oh ne da habe ich es oh da ist die Butter durchgeschüttelt wollen sie es geschüttelt oder gerührt etwa mal was dann nehmen wir es noch einmal da also ich gebe es zu die Fässer wären schon lang das ist noch das letzte die auch hier den Boden da das ist gleich das das ist das ist das ist das ist das ist ich wusste ganz folgen mit zu mit zu Fässer verbringen die lassen wir stehen holen wir was neues das ist zweite gute ankommen schon die bliebe leute aber das schafft man einfach nicht ohne urheil nicht schon die bliebe leute aber das muss ich jetzt machen neun Blätten und Blätten aufgessen so ich bring die jetzt nur ran und der stapelt sie so zu sagen besser gesagt werde jetzt doch nicht gerade mit url reinfahren oder so war der stapelte ist ja nicht gerade so wichtig schon drei fässer so ich könnte in die Decke gehen sie sind auch nicht voll ich bring sie so vielleicht bring ich sie drauf vielleicht jetzt sind noch glaub doch doch ich bring sie drauf ne das ist nicht voll der stapelte voller hänger gibt es auch noch 75% bringt nicht aber lebeleid von heutz es soll es erst mal gewesen sein ich lege die nur noch ab dann kann ich die morgen wieder aufladen ne ich lade sie gerade auf dem hänger plattform mal gucken ob ich könnte hier mit was doch so aber die blöde von heutz mal kurz das kommt ein gutes frau aber die bild von holz wenn es so gefallen hat lasst doch gerne dann wenn es sich wann hat abonniert mich doch besser und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal und tschüss